Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 192 vom 28. Mai 2020 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, ich bin Jurist aus Berlin und heute mal remote am anderen Ende der Leitung ist ebenfalls mit dabei. Philipp Banzel, ganz herzlich willkommen, ich bin Journalist und wir haben eine Menge vorbereitet, deswegen nur eine ganz kurze Vorrede, wie immer, danke, danke, danke für die Abos, die ihr abschließt unter lagerdernation.org-plus, hilft uns gerade extrem, tausend Dank dafür. Werbung Die Corona-Krise ist ja immer noch sehr in den Schlagzeilen und prägt immer noch unser aller Leben, aber natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass sich mit der Klimakrise eine andere einschneidende globale Bedrohung entwickelt und auch weiterentwickelt. Das Gute daran ist allerdings, anders als beim Kampf gegen das Coronavirus gibt es beim Klimaschutz schon längst klare und erwiesenermaßen wirksame Handlungsmöglichkeiten, nämlich unter anderem die Nutzung erneuerbarer Energien. Und hier können alle beitragen, auch und gerade von zu Hause. Mit dem Ökostrom von Naturstrom bekommt ihr nämlich nicht nur 100% klimaneutralen Strom aus deutschen Ökokraftwerken geliefert, sondern ihr tragt dank der im Tarif integrierten Förderung auch dazu bei, dass neue Wind- und Solaranlagen errichtet werden und so Kohlestrom immer weiter aus dem deutschen Mix verdrängt wird. Jetzt also ganz einfach online unter naturstrom.de-lage wechseln und einen Vertrag abschließen. Damit tut ihr nicht nur dem Klima einen Gefallen und dem Klima etwas Gutes, sondern ihr bekommt auch noch 30 Euro Startguthaben und die Lage profitiert auch noch. Also klickt euch jetzt zum Klimaschutz naturstrom.de-lage. Geht super schnell, kann nichts schief gehen. Auf geht's. Werbung. So, und da sind wir wieder mit unserem wöchentlichen Update zur Corona-Krise. Aber klar, die Krise geht weiter. Aber die Nachrichten aus dieser Woche sind eigentlich sehr positiv, Philipp. Denn wir können weiter sinkende Zahlen bei den Neuinfektionen vermelden. Ja, so sieht es aus. Gestern waren es 362 neu gemeldete Infektionen. Das ist eine der niedrigsten Werte der letzten Wochen, kann man sagen. Und klar ist, dass die Tendenz eindeutig sinkend ist. Also R ist so bei 0,6, 0,7, 0,8. Also diese durchschnittliche Zahl, wie viele Leute ein Infizierte, eine Infizierte so ansteckt. Das schwankt wegen der ganzen Schätzungen, aber ist deutlich unter 1. Überraschend, aber gut, muss man sagen. Ja, das muss man sagen. Dennoch werden aus Vorsichtsgründen die Kontaktbeschränkungen im Grundsatz bis Ende Juni verlängert. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Lockerungen, sodass man wahrscheinlich immer weniger davon spüren wird im Alltag. Zum Beispiel sind jetzt Treffen in der Öffentlichkeit bis zu zehn Leuten in den meisten Bundesländern erlaubt oder eben zwei Haushalte dürfen sich quasi mischen. Aber natürlich geht weiterhin der Appell, Kontakte zu minimieren oder insbesondere Kontakte möglichst konstant zu halten. Das heißt also immer dieselben Menschen zu treffen. Und selbstverständlich ist Maske auf und Abstand halten weiterhin sinnvoll. Einige Länder lassen sich Sonderwege offen oder halten sich Sonderwegen offen. Insbesondere Thüringen will mehr oder weniger alle Beschränkungen wieder aufheben, Philipp. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, kann das gut gehen? Und diese Frage hat die Moderatorin auch an Christian Drosten gestellt im NDR-Podcast Coronavirus-Update. Die Frage also, können wir zumindest durch den Sommer weitgehend ohne restriktive Maßnahmen kommen? Und dazu sagt Christian Drosten. Ja, das halte ich für möglich. Das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste, was wir hier heute besprechen. Und als einen Grund nennt er neue Erkenntnisse aus Studien über die sogenannte Dispersion der Infektion. Also er zeigt ja immer nur, wie viele Leute ein Infizierter, eine Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Und neue Studien zeigen aber, dass diese Ansteckungen sehr, sehr unterschiedlich verteilt sind. Ganz wenige Leute infizieren ganz viele. Und die meisten Leute infizieren keinen oder nur ganz wenige. Das bedeutet also, wir haben explosive Übertragungsereignisse, die diese ganze Epidemie eigentlich treiben. Das heißt, Übertragungen finden vor allen Dingen auf diesen sogenannten Superspreader-Events statt. Also viele Leute auf engem Raum. Und das sieht man jetzt auch zum Beispiel gerade in Deutschland. Also die Zahlen insgesamt sind sehr gering und sinken. Probleme gibt es vor allem bei lokalen Ausbrüchen, wo eben genau viele Leute auf engem Raum zusammen sind. Also Altersheime, dieses eine Restaurant in Lea, wo sich viele angesteckt haben bei so einer Feier. Dann eine Flüchtlingsunterkunft in Regensburg. Dann diese ganzen Fleischverarbeitungsbetriebe. Drosten stellt die Frage in den Raum, liegt das da vielleicht an den niedrigen Temperaturen, die in diesen Betrieben herrschen, wo das Virus vielleicht besonders gut überlebt. Dann gab es natürlich diesen Gottesdienst einer freien baptistischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Und da sagen die Gesundheitsbehörden alleine, aus diesem Fall hätten sich 176 Fälle ergeben, von denen neun stationär behandelt werden. Fälle ergeben heißt Fälle, die gemeldet wurden und registriert sind. Und einer davon wird auch intensivmedizinisch behandelt. Also das zeigt, obwohl in Deutschland die Zahlen insgesamt runtergehen, gibt es natürlich neue Ansteckungen. Die finden aber vor allen Dingen auf diesen Superspreader-Events statt, also wo einige wenige, sehr, sehr viele Menschen anstecken. Und eine weitere Studie aus Hongkong, die er auch zitiert, sagt, er zieht daraus wichtige Schlüsse. Vor allem müsse man jetzt politisch in Leute und Gruppen investieren, wie Drosten das nennt. Also da die Aufmerksamkeit, Geld und sowas reinstecken, die leicht zu Superspreadern werden können. Also die vielleicht auch, weil sie beruflich oder zwangsläufig unumgehbar oft in Gruppen und Ansammlungen unterwegs sind. Und dabei eben sehr wenige Leute, sehr viele Leute anstecken können. Da muss man besonders drauf schauen. Das ist halt so bei der Prävention so der ganz wichtige Gedanke. Und wenn man den Eindruck hat, dass es zu einem Superspreader-Ereignis gekommen ist, dann empfiehlt er hartes Durchgreifen. Wenn man ein Superspreading-Ereignis gefunden hat durch einen Anzeigefall, einen Indikatorfall, einen Erstfall, dann muss man ohne Hinsicht auf die Diagnostik sofort das ganze Cluster isolieren. Denn man hat für die Diagnostik keine Zeit. Wenn man Infektionen verhindern will, dass aus so einem Cluster also eine Riesen-Epidemie entsteht, die man dann gar nicht mehr kontrollieren kann, dann muss man sofort das ganze Cluster unter Quarantäne setzen. Aber dann ist ziemlich viel geschafft. Dann könnte man über solche Maßnahmen tatsächlich das Gesamtschicksal der Epidemie in der Bevölkerung unter Kontrolle bringen. Und zwar eventuell sogar ohne einen Impfstoff, sagt Drosten in seinem Podcast. Viele, das sagt er auch, viele Ansteckungen finden wohl über Aerosol statt, also weniger über Schmierinfektionen auf Türklinken, Gegenständen etc., sondern eher über Tröpfchen Aerosol, was aus dem Mund eben austritt. Nee, Vorsicht, das muss man unterschätzen. Das ist nämlich noch nicht dasselbe. Tröpfcheninfektionen sind, also es gibt diese Schmierinfektionen, Kontaktinfektionen, das ist das eine, ein ganz anderes Thema, das sind die Türklinken. Dann gibt es das, was wir seit Wochen diskutieren, die Tröpfchen, die sich quasi direkt beim Sprechen irgendwie absondern und die dann so anderthalb Meter so eine Wolke bilden. Und das Aerosol ist jetzt nochmal was Drittes. Das bedeutet nämlich quasi Viren, die lange in der Atemluft bleiben. Also Viren, die nicht nur anderthalb Meter in der Umgebung quasi durch die Gegend fliegen und dann zu Boden fallen, sondern Aerosol sind ganz kleine Partikel mit Viren, die lange in der Raumluft bleiben. Und das ist auch der ganz zentrale Grund, warum es so gefährlich ist, sich in Innenräumen aufzuhalten. Die Tröpfchen fallen irgendwann zu Boden. Ja, wenn man zwei, drei Meter Abstand hält, sind die Tröpfchen nicht mehr das Problem. Aber das Aerosol bleibt drin und deswegen sind Innenräume extrem gefährlich, auch wenn man den Tröpfchen sicheren Abstand einhält. Aerosol überlebt halt einfach innen viel besser als draußen. Klar, draußen wird das Aerosol einfach vom Wind weggeweht. Hier drinnen hingegen gibt es ein extrem hohes Risiko. Eine japanische Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass es drinnen ein 19-fach erhöhtes Risiko gibt, sich anzustecken. Und daraus zieht Christian Drosten in seinem Podcast eine ganz klare Konsequenz. Man muss einfach das Leben, soweit es irgendwie geht, diesen Sommer nach draußen verlegen. Also Restaurants sollten im Zweifel nicht drinnen öffnen. Oder wenn, dann nur, wenn alle Fenster und Türen auf Durchzug geschaltet sind. Vor allem sollte man die Außenbereiche öffnen. Und er geht sogar so weit zu empfehlen, dass Cafés halt einfach sehr liberale Möglichkeiten bekommen sollten, Tische und Stühle auf die Straße oder auf den Bürgersteig zu stellen. Einfach um so wenig Menschen wie möglich in Gruppen, in Innenräumen zu haben. Genau, also die Links zu diesen genauen Stellen aus dem Podcast, was wir eben gespielt haben, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich finde daran nur ganz interessant, dass sich offensichtlich so ein bisschen die Erkenntnis jetzt breit macht, dass es eben vor allen Dingen auf diese Groß-Events ankommt. Und wenn jetzt alle weiter sich so diszipliniert, relativ diszipliniert verhalten, Masken tragen, Hygienemovorschriften beachten und dann gleichzeitig noch diese Events genau beobachtet und nachverfolgt werden, dass dann es offensichtlich nach Stand der Wissenschaft heute eine Option gibt, zumindest durch den Sommer zu kommen und dann im Winter, wenn so Temperatureffekte und sowas nachlassen, vielleicht so viel gelernt zu haben, dass man eine zweite Welle verhindern kann. Das habe ich so aus der Ausgabe mitgenommen. Ja, das würde ich auch so verstehen. Übrigens hat Christian Drosten in dieser Woche noch unfreiwillig die Hauptrolle gespielt in einem, man kann es kaum anders sagen, kleinen Medienskandal, in dem die zweite und deutlich unrühmlichere Hauptrolle die Bild-Zeitung spielt. Die Vorgeschichte, Philipp, muss man sagen, ist vor allem eine Studie, die Christian Drosten in den letzten Monaten mit seinem Team erarbeitet hat. Genau, die haben wir damals auch besprochen. Und er hat Ergebnisse aus dem Labor an der Charité, wo er ja die Virologie leitet, ausgewertet. Und Ergebnis war, Kinder haben eine genauso hohe Viruslast wie Erwachsenen. Das war so ein bisschen die Debatte. Sollen die Kitas geschlossen werden, Schulen geschlossen werden? Ja, nein. Und in dieser Studie haben sie halt untersucht, kommen halt bei Kindern so viel Virus im Rachen vor wie bei Erwachsenen. Und Ergebnis dieser Studie war ja. Und es gab eben Hinweise, dass Kinder genauso infektiös sein könnten wie Erwachsene. Und Schlussfolgerung, Zitat in dieser Studie, in diesem Preprint, wir müssen vor der uneingeschränkten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der jetzigen Situation warnen. Das war diese Studie, die sie gemacht haben. Das war aber eine Preprint-Studie, also ohne Kontrolle durch andere Wissenschaftler. Wobei man dazu sagen muss, dass das wiederum jetzt in der Corona-Krisensituation das ganz normale Verfahren ist. Ja, dass man Studien eben nicht diesem normalen sogenannten Peer-Review-Prozess unterzieht. Zunächst mal, wo also andere Wissenschaftler im Idealfall anonym drüber gucken und Kritik äußern können. Sondern man veröffentlicht die Studien schon mal in diesem Preprint-Stadium, einfach um wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell der Allgemeinen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das macht man auch außerhalb von Corona. Nur jetzt sind diese Preprint-Sachen halt deutlich schneller in der Debatte. Weil es jetzt eben so einen Drang nach neuen Informationen gibt. Und so werden halt diese Preprint-Studien intensiver debattiert. So haben sich zum Beispiel dann auch Kritiker gemeldet, Statistiker und Statistikerinnen vor allem, die auf Twitter aber auch in eigenen Preprint-Studien Kritik geäußert haben. Im Kern geht es da um statistische Methoden. Die seien zu grob in dieser Studie von Drosten, sagen Kritiker. Vereinfacht gesagt kann man sagen, argumentieren die, dass Drostens Daten durchaus Unterschiede in der Viruslast zwischen Kindern und Erwachsenen nahelegen würden. Doch die anschließende Einteilung und Auswertung nach Altersgruppen sei eben verwischend. Also dadurch, dass er sie so in Altersgruppen eingeteilt hat, wie er das getan hat, seien diese Unterschiede verwischt worden. Und die Art der Analyse, so hat das ein Statistiker namens David Spiegelhalter von der Uni in Cambridge formuliert, die Art der Analyse habe zu der, Zitat, ungerechtfertigten Schlussfolgerung geführt, dass Kinder genauso infektiös sein könnten wie Erwachsene. Kurz, es gab und gibt an dieser Studie durchaus sachliche und substanzielle Kritik. Richtig, wobei man aber sagen muss, es ist jetzt durchaus nicht so, dass Christian Drosten quasi ein Fehler nachgewiesen worden wäre, sondern es ist halt einfach umstritten, wie geeignet diese statistischen Methoden waren. Drosten sagt, wir sind uns bewusst, dass die grob waren, das reichte für unsere Zwecke, andere Statistiker sehen das anders. Das ist also jetzt kein Fall von Drosten hat sich verrechnet oder so, sondern es ist ein Fall, wo man einfach unterschiedlicher Meinung sein kann. Das Team Drosten hat auf diese Kritik auch schriftlich geantwortet und insbesondere haben sie sogar einen der Kritiker, von dem Christian Drosten in seinem Podcast sagt, dass der besonders fundierte Kritik geübt hat und besonders konstruktiver, in ihr Team aufgenommen. Das heißt also, der ist jetzt Mitautor der finalen Studie und da geht man also jetzt davon aus, dass die statistischen Methoden da sich nochmal deutlich verbessert haben, wobei das eben noch nicht öffentlich ist. Deswegen können wir das noch nicht sagen. Soweit so normal, soweit eine wissenschaftliche Debatte. Die einen Wissenschaftler vertreten bestimmte Dinge, andere Wissenschaftlerinnen sehen das möglicherweise ein bisschen anders. Dann diskutiert man drüber und so funktioniert wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt. Ja, soweit so normal wäre da nicht die Bild-Zeitung, die genau diesen eigentlich völlig normalen Diskussionsprozess unter WissenschaftlerInnen skandalisiert. Ja, die Bild greift sich, also Zitate aus diesen besagten Studien und den Tweets dieser Statistiker und Statistikerin und konstruiert daraus einen Beitrag mit der Überschrift Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch. Drosten, haben sie eine Stunde Zeit gegeben für ein Statement, dem haben sie halt so ein paar Fragen gestellt. Eine Stunde? Ist nicht viel, das ist unüblich wenig. Ja, also das, ja genau, also das ist, das ist sehr wenig, ein bisschen unfair, könnte man sagen. Drosten reagiert auch ein bisschen unfair, kann man sagen, nämlich anstatt diese Fragen zu beantworten, sagt er, ich habe Wichtigeres zu tun und postet ein Foto dieser Anfrage auf Twitter, wo in diesem Tweet und in diesem Foto dann aber die Mobiltelefonnummer des entsprechenden Bild-Redakteurs enthalten ist. Er nimmt dann den Tweet raus und veröffentlicht dann später diese Anfrage von Bild ohne diese Telefonnummer. Das ist umstritten, also dass die Telefonnummer drin war, war doof, er hat es korrigiert, dass er diese Anfrage eines Journalisten veröffentlicht. Da haben sich auch einige Kollegen drüber aufgeregt, weil das irgendwie so die vertrauensvolle Zusammenarbeit untergraben könnte. Jetzt ist aber die Frage, wie vertrauensvoll kann die Zusammenarbeit mit der Bild sein? Das sei mal dahingestellt, aber die Kritik muss erwähnt werden und einige Wissenschaftler haben sich dann relativ schnell von diesem Bericht distanziert. Die sagen, alle inzwischen, haben es alle, waren es alle, ja? Es waren vier und die haben sich allesamt davon distanziert. Sie sagen, wir haben zwar die statistischen Methoden kritisiert, aber wir finden durchaus die Schlussfolgerung von Drosten okay. Der Bild-Redakteur wiederum haut dann dagegen, es sei ja das gute Recht der Wissenschaftler, sich von der Bild zu distanzieren. Aber angeblich bleiben sie bei der Kritik an der Studie. Das stimmt aber eben auch nur halb. Also sie bleiben zwar bei der Kritik an den statistischen Methoden, finden aber die Schlussfolgerung von Drosten richtig. Und vor allem wehren sie sich dagegen, dass sie von Bild nicht kontaktiert worden sind, um ihre Kritik in der Tat mal zu präzisieren. Das heißt also, Bild hat letzten Endes zwar im Ansatz zu Recht Kritik aufgegriffen aus Wissenschaftskreisen, hat diese Kritik dann aber aus dem Kontext gerissen und hat vor allem ganz andere Schlüsse aus dieser Kritik, aus dieser Methodenkritik gezogen, als es die Wissenschaftler selbst getan haben. Und deswegen fühlen die sich ganz offensichtlich von der Bild missbraucht als Kronzeugen, um Drosten in die Tonne zu hauen. Ja, also eine Sache glaube ich muss mal korrigieren. Ich glaube, sie sehen die Schlussfolgerung von Drosten schon kritisch und bleiben auch dabei. Also ob es gleiche Viruslast bei Erwachsenen und Kindern gibt. Trotzdem haben sie sich natürlich von der Art, wie das Bild da beschreibt, distanziert. Und auch Georg Streiter, der mal Politikchef bei Bild war, ich glaube mehrere Jahrzehnte, also über 20 Jahre war der bei der Bild. Und auch der hat diese Berichterstattung der Bild kritisiert als Totalversagen, weil unter anderem der Titel dieser Geschichte, die ich ja eben vorgelegt habe, also grob falsch sei die Studie, dass dieser Titel im Text eben durch nichts, aber auch gar nichts belegt werde. Und er spricht da von Totalversagen und er sagt, es schmerzt ihn zu sehen, Zitat, hat wie der aktuelle Chefredakteur mit einer Handvoll gläubiger Jünger seit März 2018 die gute Arbeit der Mehrheit ihrer Kollegen und Kolleginnen ruiniert. Jetzt kann man natürlich fragen, definiere gute Arbeit bei der Bild, aber offensichtlich gibt es da von allen Seiten Kritik. Christian Drosten hat das in seinem Podcast auch aufgenommen und hat darauf geantwortet, mit einer anschaulichen Metapher, die er wie folgt beschreibt. Das ist vielleicht so ins Alltagsleben übersetzt, vielleicht so wie sie bauen sich irgendwie in ihrer Freizeit zu Hause ein Gartenhäuschen und mauern das hoch und dann kommt ein Maurermeister und sagt, sie hätten aber eine bessere Kelle verwenden können, dann wären die Fugen vielleicht schöner geworden. Das ist also bis dahin alles total berechtigt. Aber wenn dann jemand von außen angelaufen kommt und sagt, das was da in ihrem Garten steht, das ist übrigens auch gar kein Haus, denn der Maurermeister hat sich ja darüber beschwert, dann sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem, was hier in der Öffentlichkeit gerade passiert. Also es ist vollkommen irreführend. Ja und die Folgen sind natürlich schon massiv. Also Drosten und auch Lauterbach, der, heißt der Lauterbach? Karl Lauterbach, ja. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, die haben identische Päckchen mit Morddrohungen, glaube ich, so kann man das verstehen, bekommen. AOK Bundesverband stoppt die Werbung in der Bild-Zeitung. Bild sei nicht der richtige Platz für Werbung einer Krankenkasse. Sascha Lobo, das ist ja ein bisschen die Frage, warum macht die Bild das, was sie macht? Und Sascha Lobo sagt bei Spiegel Online, seine These ist, das Bild, das Trauma der Menschlichkeit von 2015 nicht überwunden hat. Also 2015, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, hat die Bild ja sehr viel Empathie und Menschlichkeit also auch gezeigt und diese Willkommenskultur in Deutschland durchaus unterstützt. Aber das habe der Bild wirtschaftlich geschadet, sagt Lobo und mit Verweisen auf den Chefredakteur, der das auch mal gesagt haben soll. Und deswegen fährt die Bild jetzt eine andere Strategie. Ja, die Übermedien, so ein medienkritisches Blatt oder Blog eigentlich vor allem, fragt sich so ein bisschen, wieso die Bild jetzt eigentlich eine Kampagne gegen Drosten fährt. Also die Kampagne besteht zumindest darin, dass sie die Aussagen der Wissenschaftler aus dem Kontext reißen und die Studie von Drosten als grob falsch bezeichnen, was ganz sicher nicht stimmt. Also wenn überhaupt, könnte man sagen, wissenschaftlich umstrittene Studie. Ja, selbst das wäre noch relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Jedenfalls, also Übermedien fragt sich, warum Kampagne gegen Drosten? Und so ganz sicher sind sich die Blogger da auch nicht. Sie vermuten, aber das könnte einfach Teil einer größeren Kampagne sein, die Bild schon seit langem fährt, nämlich eine Kampagne gegen Angela Merkel. Denn Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur, fährt seit langem einen Merkel-muss-weck-Kurs, so Übermedien. Und da würde sich möglicherweise diese Kampagne gegen Drosten, der ja einer der zentralen wissenschaftlichen Berater von Angela Merkel in der Corona-Krise ist, ganz gut einfügen. Ein besonders deutliches Statement hat der Schriftsteller und ehemalige Titanic-Kolumnist Max Gold mal zur Bild-Zeitung geäußert. Das war eigentlich ursprünglich nicht in diesem Kontext, sondern ist schon ein paar Jahre alt, wurde aber in diesem Kontext viel herumgereicht. Und ich fand das jedenfalls sehr eindrucksvoll, Philipp, und wollte das mal mit dir diskutieren. Das Zitat lautet von Max Gold über die Bild-Zeitung. Diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Ja, also das wohl doch sehr deutliche Urteil von Max Gold zur Bild-Zeitung. Was hältst du davon, Philipp? Soll man die Bild-Leute wirklich menschlich ausgrenzen? Müssen sie quasi den gesellschaftlichen Tod sterben? Sind sie die Schmuddelkinder des deutschen Journalismus? Also das sind sie sicherlich, würde ich sagen. Die Frage ist, was man damit macht und wie man darauf reagiert. Also ich finde ja, generell sollte man so ein bisschen trennen, würde ich denken. Aber macht das Sinn zwischen dem, was jemand macht und seiner Person? Eigentlich ja auch eher nicht so in Grenzen jedenfalls. Also ich habe da jetzt noch nicht so irre viel drüber nachgedacht, aber ich kenne Leute, zu denen ich den Kontakt aus beruflichen Gründen und aus inhaltlichen Gründen abgebrochen habe. Und da war das dann immer so, dass ich sagte, diese Leute, da hat das politische Tun oder deren Handeln den Rang eines Charakterfehlers. Also wo ich so denke, ja, also das ist jetzt nicht mehr im Rahmen, du meinst, ich meine und wir sind da unterschiedlicher Meinung und ich würde das nicht machen, was du machst. Sondern ich mache es anders, sondern da reicht es so tief, dass ich sage, das ist wirklich ein charakterliches Problem und deswegen kann und will ich mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben. Tja und weißt du Philipp, wenn man sich dann anguckt, was die BILD macht. Ich meine, das ist ja letztlich, sieht man schön wieder an diesem Beispiel, wo gegen Christian Drosten geschossen wird. Das ist ja im Grunde Desinformation unter dem Deckmantel des Journalismus. Man nennt sich Zeitung, BILD, Zeitung. Was man aber tut, ist eben gerade nicht die gezielte Suche nach Wahrheit. Man versucht eben nicht zu berichten, was passiert, sondern man nimmt wissenschaftliche Kritik an einer Drosten-Studie, man überspitzt die, man konfrontiert Drosten nicht vernünftig, sondern gibt ihm nur eine Stunde Zeit, sodass er de facto nicht reagieren kann. Es geht also gerade nicht darum, darüber zu berichten, dass diese Studie umstritten ist oder dass die wissenschaftliche Forschungslage möglicherweise schwieriger ist, als man bisher dachte oder irgendwie so. Es geht überhaupt nicht um die Suche nach Wahrheit. Es geht einfach darum, Zitat, die Studie als grob falsch darzustellen. Und das ist ja nicht mehr die Suche nach Wahrheit. Das heißt, das sind also Journalistinnen und Journalisten, in diesem Fall waren es, glaube ich, alles Männer, die so tun, als wenn sie irgendwie Journalismus betreiben, die aber in Wirklichkeit ihren Einfluss in der Gesellschaft missbrauchen, um einen Forscher, den sie irgendwie doof finden, fertig zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist denn das nicht eine Frage des Charakters? Ist das nicht einfach menschlich niederträchtig, was die tun? Ja, würde ich schon dazu tendieren. Also ich, wie gesagt, ich tue mich da schwer, so Leute auszugrenzen und sie schlecht zu behandeln. Aber ich glaube, ich könnte nicht mit einem Bildredakteur oder einer Redakteurin befreundet sein. Also da glaube ich, hätte ich Probleme, ob ich die jetzt gleich scheiße behandle und so. Aber es wäre so ein Punkt, weißt du, das wäre so ein Punkt, über den man schlechthin weggehen kann. Also ich kannte auch mal so, hat man auch ein, zwei Beziehungen, da gab es, also nicht Beziehungen, sondern so Freundschaften aufgelöst. Und da hat sich die Person so dermaßen schlecht verhalten, dass es so schlecht war, dass ich nicht einfach sagen konnte, na gut, es war jetzt nicht so optimal, aber komm, reden wir mal über, was weiß ich, Fußball oder weißt du, you name it. Sondern das war so substanziell, dass ich dachte, du, darüber kann ich nicht hinweggehen. Das kann ich nicht so stehen lassen. Und wenn wir das nicht ausgeräumt kriegen, dieses Problem, dann ist unsere Beziehung hier beendet. Und ich glaube, und ich glaube, so eine Dimension hätte auch die Mitarbeit bei der Bild. Genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach eine Zeitung mit so düsteren Methoden, die so auch letztlich dem Ansehen des deutschen Journalismus Schaden zufügt, die so hemmungslos die Wahrheit hinten anstellt, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Also ich glaube, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, das ein bisschen positiver ist. Wir haben uns nämlich mal ein bisschen genauer angeschaut, wie es steht um die Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Wir haben ja eben schon darauf hingewiesen, möglicherweise können wir sogar die Lockerungen, wenn wir andere Kontrollmöglichkeiten finden, ohne einen Impfstoff weit treiben, also die Beschränkungsmaßnahmen weit zurücknehmen. Aber trotzdem, wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, der tatsächlich gut verträglich ist und wirksam ist, dann wäre das natürlich der Durchbruch in der Bekämpfung der Corona-Epidemie. Und deswegen hat Philipp mal ausführlich gesprochen mit Christoph Schröder, der ist Facharzt für Innere Medizin und arbeitet am Institut für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Er ist also quasi Fachmann für Medikamente und er ist außerdem Mitglied der Ethikkommission des Landes Berlin und begutachtet dort unter anderem Arzneimittelstudien an Menschen. Was man dazu sagen muss, Schröder ist kein Experte speziell für das Coronavirus SARS-CoV-2 und für seine speziellen Eigenschaften und er kennt auch keine Details der konkreten Impfstoffentwicklung gegen das SARS-CoV-2-Virus, sondern es geht jetzt eher darum, wie Coronaviren allgemein entwickelt werden. Philipp, wofür ist er denn Experte? Es geht darum, wie Corona-Impfstoffe, also weil du sagst, Coronaviren werden entwickelt, also wie ein Impfstoff in Corona entwickelt wird. Also Schröder ist halt Experte für die Zulassung von Medikamenten ganz allgemein und die Phasen, die solche Tests am Menschen eben durchlaufen müssen. Und er betreut eben seit vielen Jahren solche Studien zur Zulassung von Medikamenten am Menschen und bewertet auch das Design solcher Studien, also ob das irgendwie alles Sinn macht. Und vor allen Dingen erfasst er halt Nebenwirkungen und bewertet auch diese Nebenwirkungen. Und sein besonderer Fokus ist eben auf der Sicherheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesen Studien. Das ist auch so ein bisschen die Funktion, mit der er da in dieser Ethikkommission des Landes Berlin sitzt. Er guckt halt auf solche Arzneimittelstudien am Menschen und schaut, ob das nicht auf Kosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht. Und ich dachte, das wäre halt durchaus ein Mehrwert, weil wir natürlich über diesen Impfstoff immer schon mal was sagen wollten. Aber ich fühle mich auch jetzt nicht wirklich in der Lage zu beurteilen, wie nah sind wir denn an einem Impfstoff. Aber ich denke, wer das Verfahren kennt, oder, kann besser so eine Diskussion einordnen. Ja, das fände ich nämlich auch. Also das fand ich auch so den Mehrwert eigentlich für die Lage. Niemand kann letztlich sagen, wie nah sind wir am Corona-Impfstoff dran. Aber es ist doch einfach als Hintergrundwissen total spannend zu wissen, wie funktioniert eigentlich die Entwicklung eines solchen Impfstoffs, Philipp. Und da gibt es offenbar ganz bestimmte Phasen, also die allererste Stufe sind so chemische Tests im Labor, dann gibt es Tierversuche und dann kommt in einer dritten Entwicklungsstufe kommen Tests an Menschen und da gibt es dann nochmal drei verschiedene Phasen. Richtig, genau. Und zwar muss man sagen, also Christoph Schröder sagt, diese Tests an Menschen, die kommen so nach drei, vier Jahren. Normalerweise, so im Schnitt. So, dann beginnen diese Tests an Menschen. Phase 1 ist also, du testest diese Substanz, um die es da geht, so an 20 bis 30 gesunden Probanden und Probandinnen. Und zwar mit einer Dosis, die weit unter denen liegt, die in der Tierversuche ausprobiert wurden. Und das Ziel ist da erstmal Sicherheit. Also, die Nebenwirkungen, die es vielleicht an Tieren gab, die will man jetzt auf gar keinen Fall sehen. Da geht es also nicht um Wirkungen, sondern da geht es einfach nur darum, super niedrige Dosen und sehen wir möglichst keine Nebenwirkungen, die wir vielleicht in Tierversuchen gesehen haben. So, dann kommt irgendwann die Phase 2. Da geht es dann darum, die richtige Dosis zu finden. Also, da wird dann die Dosis von ganz, ganz niedrig immer schrittweise erhöht und guckt, was sind die Wirkungen. Und da geht es dann schon darum, wirken die auch, also helfen die in dem Sinne, wie das eigentlich beabsichtigt ist durch dieses Medikament. Aber da sind die Faktoren, also wie messen wir eigentlich Wirksamkeit noch relativ lax und weit gefasst. Und dann kommt es aber zur dritten Phase und da nimmt man dann durchaus mehrere tausend kranke Menschen, also Patienten, die an dieser bestimmten Krankheit leiden. Und die werden mit diesem Mittel behandelt und da ist dann auch die Wirksamkeit schon durchaus enger gefasst. Also, da muss es wirklich spürbare Verbesserungen geben, da muss es die Sterblichkeit deutlich runtergehen und so. Also, da geht es wirklich darum, wirkt dieses Medikament und auch diese drei Phasen der Tests oder der Versuche an Menschen können unter Umständen drei bis vier Jahre dauern, je nach Wirkstoff und Krankheit. Also, von Substanz bis Arzneimittel können da schon zehn Jahre ins Land gehen. Gut, ich meine, das ist natürlich jetzt der ganz normale Zeitplan und wir können uns vorstellen, dass man das im Falle von Corona jetzt schon mit besonderer Dringlichkeit betreibt. Aber was macht denn eigentlich die Zulassung von Impfstoffen so besonders aus der Perspektive des Tests von Medikamenten? Ja, genau. Also, normalerweise, also so wie eben beschrieben, Medikamente, da hast du kranke Menschen und denen verabreichst du einen Wirkstoff und guckst, wirkt der oder wirkt der nicht. Aber Christoph Schröder sagt, bei Entwicklung von Impfstoffen ist das durchaus anders. Der große Unterschied bei Impfstoffen ist, dass ja die Menschen, die geimpft werden sollen, noch keine Patienten sind, die ja zum Zeitpunkt der Impfung sozusagen die Erkrankung noch gar nicht haben. Das führt zu dem Problem, dass man wesentlich größere Gruppen in diesen Studien untersuchen muss, weil man ja im Vorfeld nicht weiß, wie viele werden sich infizieren. Und bei welchem Prozentsatz der Infizierten erreiche ich sozusagen eine Nicht-Infektion, wenn man so will. Das macht die Logistik von Impfstoffstudien komplizierter mit größeren Fallzahlen. Naja, gut. Und wenn man natürlich jetzt mal überlegt, dass wir zurzeit nur so drei bis vierhundert Neuinfektionen mit diesem SARS-CoV-2-Virus in Deutschland haben, dann kann es natürlich schon… Pro Tag, ja gut, pro Tag. Aber trotzdem, da kann es natürlich theoretisch ewig lange dauern, bis nun gerade irgendeine Testperson potenziell mit diesem Virus überhaupt in Kontakt kommt. Und dann stellt sich natürlich aus der Perspektive eines effizienten Testens die Frage, ob man nicht auch Testpersonen quasi probeweise infizieren könnte, damit man schneller sehen kann, wo der Impfstoff wirkt. Auf der anderen Seite, muss man sagen, stellen sich dann natürlich ganz schnell ethische Fragen. Kann man das wirklich verantworten, dass man Menschen mit einem Virus infiziert, einfach nur zu gucken, ob eine Impfung funktioniert hat? Und genau das ist natürlich eine Frage, mit der sich Herr Schröder regelmäßig beschäftigt, denn er sitzt ja gerade in der Ethikkommission des Landes Berlin, die genau diese Frage beantworten muss. Also wenn Ihnen so eine Studie vorgelegt werden würde, dann müssten Sie genau diese Frage beantworten. Kann man das machen? Kann man das ethisch verantworten? Und Schröder sagt dazu relativ deutlich, es ist eigentlich Konsens, dass eine absichtliche Infektion von Testpersonen nicht infrage kommt. Es muss einem klar sein, dass die Probanden, die an den Studien teilnehmen, ja primär erst mal gar nichts davon haben. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ist zu diesem Zeitpunkt erst mal nur theoretisch eine Möglichkeit. Und die Risiken einer Infektion sind aber beobachtbar und inzwischen ja auch einigermaßen bekannt. Sodass also eine aktive Infektion der Studienteilnehmer im Rahmen solcher Studien aus ethischen Gründen undenkbar ist. Ja, also das ist eine ziemlich klare Aussage und ich persönlich kann das auch sofort nachvollziehen. Und wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, also normalerweise dauern so Arzneimittelzulassungen acht bis zehn Jahre. Solange möchten wir natürlich jetzt nicht auf so einen Impfstoff warten. Und deswegen sagt ja auch Herr Schröder, wenn alles läuft, alles richtig glatt geht, dann könnte schon vielleicht Ende nächsten Jahres ein Impfstoff da sein. Manche, Stichwort New York Times, sagen ja sogar schon irgendwann im Frühjahr 2021. Und da stellt sich natürlich die Frage, Philipp, wie lässt sich denn dieses Verfahren so stark abkürzen? Also das eine ist sicherlich, sagt er, dass Viren durchaus starke Verwandtschaften haben und sich daraus Synergieeffekte ergeben. Also dass du, wenn du einen Impfstoff gegen das eine Virus hast, daraus durchaus einiges ableiten kannst für einen Impfstoff gegen ein neues Virus. Das hat ja auch Drosten öfter mal angedeutet. Dann kannst du natürlich viel machen mit Geld, Zeit und Personal. Da fließt natürlich gerade jede Menge Know-how und Geld und sowas rein in die Entwicklung. Sowas kann das natürlich auch beschleunigen. Und, sagt Christoph Schröder, du kannst natürlich auch ein bisschen weniger Bürokratie machen. Und diesen Druck, sagt er, den spüren Sie zum Beispiel in der Ethikkommission sehr deutlich. Das findet in der Tat auch statt. Wir erleben das auch in der Ethikkommission, dass jetzt sozusagen hinsichtlich der Entscheidungsfindung bei Ethikkommissionen und vermutlich auch bei Zulassungsbehörden eben seitens der Arzneimittelhersteller auch ein entsprechender Druck aufgebaut wird. Und da auch eine große Bereitschaft bei Kommissionen und Behörden besteht, jetzt natürlich die Dinge beschleunigt durchzuführen. Trotzdem birgt ein beschleunigtes Verfahren natürlich auch das Risiko, dass bestimmte Dinge übersehen werden oder man auf Untersuchungen verzichtet, die sich dann vielleicht im Nachgang als wichtig dargestellt hätten. Ja gut, und da muss man natürlich sehen, je größer der Nutzen ist bei einer solchen Impfung, zum Beispiel weil es sich um eine tödliche Krankheit handelt, weil es keine Therapie gibt, desto größer könnte man argumentieren, dürfen auch die Risiken bei so einer Impfung sein, oder? Ja, das sieht Schröder auch so, aber er gibt zu bedenken, dass es hier nicht um ein Medikament geht, das ein paar tausend ernsthafte Erkrankte bekommen sollen, sondern um einen Impfstoff, den ja potenziell Millionen Menschen eingeimpft bekommen sollen. Selbst wenn nur bei jedem millionsten Geimpften nach fünf Jahren irgendeine Spätkomplikation auftritt, dann würde man sich, wenn man jetzt die gesamte deutsche Bevölkerung oder die Weltbevölkerung durchimpfen würde, sozusagen sich Zehntausende, Hunderttausende von Problemfällen sozusagen nach Jahren unter Umständen erst zeigen, sodass man dann gewissermaßen eine späte Rechnung dafür bekommt, wenn man die Nutzenseite praktisch überbewertet hat und die Risiken zu wenig im Blick behalten hat. Und genau deswegen sagt er auch, ist es keine gute Idee, ganze Bevölkerung durchzuimpfen, sobald du so einen Impfstoff hast. Besser sei es eben Menschen zu impfen, die ein hohes Risiko haben, sich anzustecken, also zum Beispiel Alte in Altenpflegeheimen oder auch Krankenhauspersonal, wo dann diese Abwägung gerechtfertigt ist. Du hast ein bisschen ein höheres Risiko, weil es ein neuer Impfstoff ist, du hast aber gleichzeitig auch vielleicht einen höheren Effekt, weil es Leute sind, die sehr großes Risiko laufen, sich anzustecken. Ja gut, und es ist natürlich schon so, dass wir in der Presse relativ viele vorläufige Erfolgsmeldungen hören. Immer neue Studien, die begonnen werden, immer neue praktische Tests schon am Menschen. Was sagt denn Herr Schröder zu denen? Also er gibt einmal zu bedenken, es geht gerade natürlich um maximal viel Geld und viele Firmen haben natürlich ein berechtigtes Interesse, auch sich positiv in der Öffentlichkeit darzustellen und gute Ergebnisse zu präsentieren und auch Zwischenergebnisse zu präsentieren. Insofern, sagt er, würde er erst mal ein bisschen abwarten. In dem geschilderten Ablauf der Arzneistoff- oder auch Impfstoffentwicklung ist natürlich jeder kleine Schritt ein wichtiger Schritt. Insofern sind kleine Erfolgsmeldungen auch durchaus gerechtfertigt und sollten hoffnungsfroh stimmen. Auf der anderen Seite sind es eben viele Schritte, die bis zu einem zugelassenen Impf- oder Arzneistoff führen. Und auf jeder Stufe sozusagen kann der Prozess auch ins Nirwana führen und nicht weitergehen. Ein Beispiel zum Beispiel, sagt er, ist HIV und Malaria. Da fließen seit Jahren Milliarden rein und es gibt keinen Impfstoff. Mit anderen Worten, es gibt einfach keine Garantie, dass es überhaupt jemals funktioniert. Das hat ja auch Herr Drosten mal irgendwann, glaube ich, angedeutet in seinem Podcast, in seinem Nebensatz. Man kann es einfach nicht wissen. Wenn es gut geht, geht es gut, aber sicher ist es einfach nicht. Aber gut, auf der anderen Seite ist Schröder ja doch noch relativ optimistisch und sagt, wenn alles glatt und ideal läuft, dann könnte irgendwann Mitte, Ende des nächsten Jahres der Impfstoff da sein. Und zugleich muss man sagen, offensichtlich zeigen ja die bisherigen Maßnahmen auch ganz gut Wirkung. Und wir haben eben darauf hingewiesen, wenn man die Superspreader-Ereignisse in den Griff bekommt, dann können wir uns vielleicht sogar mit relativ wenig Einschränkungen über die Zeit retten, bis der Impfstoff da ist. Ja, Philipp, wir haben noch ein neues Thema im Kontext Corona vorbereitet. Einen kurzen Überblick, weil wir das Stichwort Pressefreiheit nochmal stark machen wollten. Da wird ja auch in Deutschland immer viel geschrieben, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit seien eingeschränkt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland kann man das ja nicht sagen. Die Leute können im Grunde den härtesten Schwachsinn online verbreiten. Es gibt nicht mal gegen wirklich gefährliche Fake News irgendwelche echten Hemmschwellen. In China hingegen ist die Situation eine ganz andere. Genau, also das ging jetzt so ein bisschen rum. Tagesschau.de hat darüber berichtet über drei chinesische Blogger, Bloggerinnen, von denen zwei bisher aktuell bis heute verschwunden sind. Also Fang Bing ist einer, der filmte drastische Szenen in Wuhan und kritisierte zum Beispiel auch, dass die offiziellen Nachrichten nicht die wahre Situation widerspiegelten und am Abend danach holten die ihn dann, das hat er gefilmt, Staatsvertreter ab mit dem Vorwurf bezahlter Staatsfeind und Fang Bing ist wohl bis heute verschwunden. Keiner weiß so richtig, wo er sich aufhält und das gilt auch für Chen Chuixi. Sorry, wenn ich das nicht richtig ausspreche, aber ich wollte die Namen doch mal nennen. Ist Jurist, Menschenrechtsanwalt, der in Hongkong war und filmte und auch eben in Wuhan war und filmte und auch von ihm fehlt seit Anfang Februar. Jede Spur wurde in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Und als ich das so las, dachte ich, Mann, haben wir das gut. Weißt du, Mann, wie geil ist das, dass wir beide hier seit vier Jahren, seit über vier Jahren sitzen können und einfach erzählen können, was wir wollen. Niemand schreibt uns vor, wir brauchen keine Genehmigung. Wir müssen niemanden fragen, mit niemandem absprechen. Wir müssen keine Angst haben, wirklich vor irgendwas. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wenn viele jetzt auch mal sagen, ja, und die Demokratie und Deutschland und so, das ist ein riesen, riesen Vorteil, den wir gegenüber ganz, ganz, ganz vielen anderen Ländern auf der Welt haben. Also ich sehe das genauso wie du, Philipp. Ich wollte nur dazu sagen, es sollte natürlich selbstverständlich sein, dass das möglich ist. Also es sollte selbstverständlich sein, aber es ist auch heute nicht selbstverständlich. Und wenn man sich zum Beispiel die Übersicht anguckt, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr erstellt, die Rangliste der Pressefreiheit, dann sieht man eben, dass es in ganz, ganz, ganz vielen Ländern auf dieser Erde überhaupt nicht gut steht, um die Pressefreiheit, um die Meinungsfreiheit und die Möglichkeit, Dinge einfach mal im Internet zu veröffentlichen. Und das denke ich auch, das muss ich jedes Mal auch denken, wenn ich so Demonstrationen sehe von Menschen, die irgendwie von Diktatur oder von Merkel-Diktatur reden und so, dann kann ich wirklich nur sagen, liebe Leute, überlegt euch bitte noch zweimal, ob das wirklich eine Diktatur ist, was wir hier haben. Nur weil es nicht hundertprozentig so läuft, wie ihr das wollt, da ist das doch noch lange keine Diktatur. Ihr könnt wählen gehen, ihr könnt im Prinzip sagen, was ihr wollt, jedenfalls in den Grenzen des Strafrechts. Ihr könnt natürlich nicht damit rechnen, dass ihr nicht möglicherweise Widerspruch erntet. Und das ist ja so ein großes Missverständnis, Meinungsfreiheit bedeutet eben, seine Meinung sagen zu können, aber das heißt noch lange nicht, dass das dann keine Konsequenzen hat. Ja, genau. Und eine Sache auch noch dazu, die mir in der letzten Woche auch noch durch den Kopf ging, natürlich machen alle Fehler in einer Demokratie. Natürlich macht die Regierung Fehler, natürlich machen Leute wie Drosten Fehler, natürlich machen wir Fehler, natürlich machen die öffentlich-rechtlichen Fehler. Das ist ärgerlich, aber es ist normal. Was nicht der Fall ist, und das ist halt das, was diese ganzen Verschwörungserzählungen unterstellen, dass hinter diesen Fehlern ein Plan steckt. Und dass alle, die diese Fehler machen, dass die das nicht aus Versehen und ärgerlicherweise tun, sondern irgendwie absichtsvoll oder mindestens unbewusst gesteuert werden von irgendjemandem. Und dafür gibt es einfach keine Hinweise. Das ist und bleibt absurd. Und weil dieses Konstrukt immer so ist, es werden Fehler gemacht und ihnen wird dann Absicht unterstellt. Deswegen lassen sich diese ganzen Verschwörungserzählungen auf alles und jeden und jede anwenden. Und deswegen muss man da immer so gegenhalten. Und wie gesagt, wir wollten einfach nochmal deutlich sagen, wir finden es einfach großartig, dass wir hier einfach seit vier Jahren sitzen können und sagen können, was wir für richtig halten. Also wir unterliegen natürlich einer eigenen Qualitätskontrolle. Also wir labern natürlich nicht rum, sondern wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren. Wir prüfen unsere Argumente miteinander. Wir überlegen uns schon sehr genau, was wir sagen. Aber es gibt einfach keinerlei hoheitliche Kontrolle. Da sitzt einfach jetzt kein Zensor hier in der Leitung und es gibt auch sonst keine Sanktionen. Und wir haben auch ehrlich gesagt selbst informell noch nie von irgendwem Drohungen bekommen. Und das ist schon wirklich eine sehr, 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 sehr gute Situation für die Menschenrechte. Wir kommen zu einem anderen Thema, wo es um die Wahrheit vielleicht nicht ganz so gut steht, Philipp. Nämlich den Konflikt. Wir schauen mal ausnahmsweise wieder über den Atlantik. Das ist ja vielleicht, die USA sind ja ein bisschen kurz gekommen bei uns. Wir schauen auf den Konflikt zwischen Donald Trump und der Firma Twitter. Eigentlich muss man sagen, ist Twitter ja fast Donald Trumps Hausmedium. Also er findet ja die allermeisten Massenmedien blöd. Er redet immer sehr gerne von Lügenpresse und unterstellt ganz vielen Medien, dass sie ihn im Wesentlichen fertig machen wollen. Deswegen ist Trump ja ein großer Fan von Twitter, weil er damit seine Fanbase relativ direkt erreichen kann. Nun allerdings ist dieses Verhältnis ein kleines bisschen eingetrübt worden. Und zwar hat sich der Streit entzündet an Donald Trumps Gegnerschaft gegenüber der Briefwahl. Es geht darum, dass in Zeiten von Corona natürlich auch die Staaten sich überlegen, wie machen wir das denn eigentlich mit der Wahl, die ja im November stattfindet. Und Kalifornien, aber auch andere Staaten, aber vor allen Dingen Kalifornien hat gesagt, okay, dann versuchen wir das eben mit der Briefwahl, weiten das ein bisschen aus. Und jetzt ist es aber so, dass Donald Trump zumindest davon ausgeht, dass die Briefwahl vor allem von Demokraten genutzt wird. Also von Wählern und Wählerinnen, die die Demokraten wählen. Während die Republikaner diese Möglichkeit wahrscheinlich eher nicht so wahrnehmen, weil sie privilegiert sind, weil sie halt zu den Wahllokalen hingehen können, weil sie da lange warten können unter Umständen. Und deswegen hat Trump diese Woche getwittert zum wiederholten Mal gegen diese Briefwahl. Also es gibt keinen Weg daran vorbei, dass Briefwahl irgendwas anderes sein wird als substanziell betrügerisch vielleicht oder fehleranfällig. Mailboxes will be robbed, ballots will be forged and even illegally printed out and fraudulently signed. Also die Briefkästen werden ausgeräubert werden, Stimmzettel werden gefälscht und illegal ausgedruckt werden und illegal auch unterzeichnet werden. Donald Trump verbreitet letztlich also Gruselszenarien über die Briefwahl und da muss man aus einer deutschen Perspektive natürlich einfach nur noch grinsen. Denn ich meine, in Deutschland gibt es seit Jahrzehnten Briefwahl und es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte, dass da jetzt in irgendeiner Art und Weise betrügerisch diese Wahlen manipuliert würden. Insofern ist das im Grunde wieder mal ein typisches Zeichen dafür, dass sich Donald Trump einfach gar nicht um die Wahrheit schert. Also wenn man so ein kleines bisschen schauen würde, wie man zum Beispiel nach Deutschland, wie man eine Briefwahl problemlos organisieren kann, dann könnte man solche Tweets nicht mehr absetzen. Aber Donald Trump ist, wie wir eben gerade schon erklärt haben, aus politischen Gründen der Meinung, es sollte lieber keine Briefwahl stattfinden. Weil aber dieser Tweet und vergleichbare Tweets von ihm, da gibt es natürlich einige, so ein Unsinn sind, hat Twitter jetzt reagiert. Also Twitter hat sich seit einiger Zeit auch der Wahrheit auf der Plattform verschrieben und möchte Fake News den Kampf ansagen. Und deswegen hat Twitter jetzt Tweets von Donald Trump mit einem Link zu einem Faktencheck verbunden. Also da heißt es dann so schön, get the facts about male imbalance. Holen Sie sich die Fakten über die Briefwahl. Und Philipp, wie haben Sie das genau gemacht? Sie haben das bisher, glaube ich, nur bei einem Tweet, nämlich bei dem, den ich eben vorgelesen habe, gemacht. Das haben Sie erstmals gemacht, was man ja auch erst mal als einen guten Move und eine gute Motivation Ihnen unterstellen kann. Aber es gibt daran natürlich eine Menge Kritik. Also du hast es gesagt, unter diesem Tweet von Donald Trump haben sie dann einfach gepackt, get the facts about male imbalance. Da könnte man fragen, get the facts about, warum steht da nicht einfach, dieser Tweet enthält Fehler oder ist falsch oder missverständlich. Denn wer immer diesen Tweet liest und darunter sieht, get the facts about, der denkt nicht, oh, an diesem Tweet ist was fundamental falsch. Na gut, ich meine, das ist, glaube ich, der amerikanischen Kulturgeschildheit. Also, weißt du, es wäre aus amerikanischer Sicht wäre das, also jedenfalls hart an der Grenze zur Zensur, wenn nicht viele sogar von Zensur reden würden, wenn Twitter jetzt quasi hochoffiziell schreiben würde, dieser Tweet ist falsch. Das kannst du nicht machen. Also das ist in Amerika nicht denkbar. Aber maximal kannst du quasi einen Tweet kontextualisieren, indem du andere Meinungen über diesen Tweet direkt verfügbar machst. Also das ist, weißt du, sonst würde sich ja Twitter auch tatsächlich quasi zum Meinungswächter aufschwingen. Also das fände ich persönlich auch so ein bisschen problematisch, denn letzten Endes muss man ja ganz ehrlich sagen, ist das, was Donald Trump gesagt hat, zwar sehr wahrscheinlich wenig plausibel, aber es ist ja auch nicht quasi mit mathematischer Sicherheit zu falsifizieren. Also da muss man sich auch so ein kleines bisschen zurücknehmen. Ich finde viel spannender die Frage, warum Twitter erst jetzt auf den Gedanken kommt, da mal was zu tun. Ja, das Problem gibt es ja seit langem nicht nur bei Trump, sondern auch bei vielen, 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 vielen anderen Tweets von Prominenten, von Staatsoberhäuptern, aber auch von anderen Männern, die irgendwie Frauen jagen und ihnen das Leben zur Hölle machen. Also Probleme hat Twitter nun wirklich seit ganz, ganz langer Zeit. Und warum ausgerechnet jetzt? Jetzt, ja, sagt Twitter zunächst, der US-Präsident habe, Zitat, eine Reihe von Behauptungen über möglichen Wahlbetrug verbreitet, nachdem Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom Pläne für eine Ausweitung von Briefwahlen während der Covid-19-Pandemie angekündigt hatte. In dem Tweet von Trump ging es aber eigentlich nicht um Covid-19, sondern es ging halt um Briefwahl. Und dann hat Twitter später noch ergänzt, ja, sie würden auch einschreiten bei Unwahrheiten im Zusammenhang mit Wahlen. Was man ja daran sehen kann, ist, die versuchen das, ihnen ist das Problem bekannt, es ist aber sehr, sehr komplex zu lösen, weil natürlich diese Plattformen immer noch in diesem redaktionellen Dilemma leben, ja. Jede Zeitung würde sagen, das geht so nicht, das können wir so unkommentiert nicht hinstellen oder jeder Radiosender, sondern wir müssen das einbinden und erklären und Kontext und so weiter. Die Plattformen haben aber lange gesagt, wir sind nur Plattformen, mit dem Inhalt haben wir nichts zu tun. Und natürlich ist denen seit Jahren klar, dass sie diese Haltung nicht durchhalten können, dass es sie aber natürlich auch vor irre Herausforderungen stellt, wenn sie sagen, na gut, wir sind ein journalistisches Medium, dann müssen die quasi sich für alles verantwortlich fühlen, was inhaltlich auf ihren Plattformen passiert. Und auch das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Und so suchen sie halt beide nach irgendeiner Lösung. Facebook halt mit diesen externen Faktencheckern, was so mehr oder weniger gut funktioniert. Twitter hat die internen Faktenchecker, was offensichtlich noch nicht so gut funktioniert. Aber ich sehe nicht, wie sie da ein konsistentes Modell fahren wollen. Das ist eigentlich so mein größtes Problem. Ja, ich glaube, du hast da ganz gut den Finger in die Wunde gelegt. Dieses Neutralitätsdogma, wir sind neutrale Plattformen, wir veröffentlichen einfach nur, was andere schreiben. Das gerät einfach an Grenzen, wenn man sieht, dass diese Plattformen massiv benutzt werden, um Unwahrheiten zu verbreiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich in einer Demokratie, wo man immer so diese Idee hat, dass sich die überzeugendste Meinung schon durchsetzen wird, auch ein Riesenproblem, wenn man da jetzt mit einmal anfängt, so ein Meinungswächtertum zu betreiben. Denn es ist ja häufig gar nicht so einfach zu entscheiden, was die Wahrheit ist. Und dann stellt sich sofort die Legitimationsfrage, ja, warum soll es jetzt gerade Twitter entscheiden? Warum soll es Facebook entscheiden? Also mit anderen Worten, da gibt es einfach ganz viele ungelöste Fragen und man sieht, wie diese Social-Media-Unternehmen letztlich relativ hilflos durch diesen Konflikt stolpern. Aber fairerweise muss man sagen, dass ja auch Bürgerrechtsorganisationen da relativ wenig klare Linien vorgeben. Also beispielsweise die Electronic Frontier Foundation, so eine der führenden US-NGOs im Bereich digitale Freiheitsrechte, hat im Bereich Free Speech bislang auch die dogmatische Position, es soll einfach jeder alles sagen können, es darf auf gar keinen Fall irgendwas kontrolliert oder reglementiert werden. Und da hätte ich persönlich inzwischen auch große Bedenken, ob das tatsächlich so, also quasi eine ultraliberalistische Position, ob das angesichts der Bedrohungen, die Fake News für Demokratien bedeuten, siehe Bolsonaro in Brasilien zum Beispiel, ob das denn tatsächlich noch eine haltbare Position ist. Aber ich fürchte, Philipp, ausdiskutieren können wir das nicht, aber wir wollten einfach darauf hinweisen, in welch schwieriges Fahrwasser hier sowohl Donald Trump als auch Twitter geraten wird. Ja, naja, du siehst das ja an diesem Tweet nun wirklich ganz deutlich, also von dem Tweet von Trump kann man jetzt halten, was man will, aber es ist halt letztlich eine Meinung, eine Vorhersage. Ich glaube, dass die Briefwahl so und so enden wird und das kann man jetzt für unbelegt halten, da kann man sagen, solche Probleme gab es nicht, es gibt keine Anzeichen dafür und und und. Aber das zu Brandmarken als falsch oder irre, also weißt du, das ist natürlich eine Geradverhandlung, da würde ich jetzt hier sagen, nee, also ausgerechnet dieser Tweet ist nun eigentlich nicht zu beanstanden. Also jedenfalls nicht im Sinne von offensichtlicher Quatsch. Nee, er hat schon deutlich mehr Quatsch erzählt, das ist zwar, wenn man also zum Beispiel nach Deutschland guckt, ist das nicht wahrscheinlich, dass diese Folgen eintreten würden, es ist also ganz offensichtlich eine Form von Agitation, er malt Gefahren an die Wand, die nicht wahnsinnig wahrscheinlich sind, aber ich würde auch sagen, also eigentlich ist dieser Tweet im Konzert der Meinung irgendwie vertretbar, denn sowas müsste man nicht verbieten oder könnte man wahrscheinlich gar nicht verbieten. Auf der anderen Seite muss man dann wieder sehen, Philipp ist ja die Reaktion von Twitter auch vergleichsweise abgewogen, weil sie den Tweet ja nicht gesperrt oder geblockt haben, sondern sie haben ihn ja nur kontextualisiert mit Gegenmeinung aus der Presse. Vermutlich ist das sogar eigentlich noch eine relativ geschickte Lösung, dass Twitter jetzt gar nicht mal die eigene Meinung direkt dagegen stellt, dann würde sich ja sofort die Frage stellen, wer legitimiert denn eigentlich Twitter? Ja, sind jetzt irgendwie die Aktionärinnen und Aktionäre von Twitter tatsächlich so gut legitimiert, die Wahrheit herauszufinden, sondern sie zitieren einfach nur Menschen, die professionell sich damit beschäftigen, hoffentlich die Wahrheit zu verbreiten, wie eben Journalistinnen und Journalisten von der Washington Post. Insofern finde ich die Idee quasi einfach Zeitungsbeiträge von anerkannten Medien zum selben Thema an Tweets dran zu heften, im Prinzip eine ganz gute Idee. Man muss natürlich nur sehen, so wie sie das bisher machen, wo sie das nur bei ganz einzelnen wenigen Tweets machen, hat das natürlich einen offensichtlichen Stigmatisierungseffekt. Wenn sie jetzt also quasi nicht alle Tweets irgendwie kontextualisieren, sondern nur einzelne Ausgewählte, dann hat das gleich so ein bisschen was von einem Stempel, dieser Tweet ist vermutlich eine Lüge oder jedenfalls problematisch. Das kann man so und so sehen, also ich finde, letztlich ist das ja diese journalistische Frage. Da ist ein Inhalt, eine Behauptung und du versuchst Kontext herzustellen, du versuchst das Ding einzuordnen, was ist daran falsch, was ist daran richtig. Wobei Twitter kein Journalismus ist. Nein, genau, aber das Problem, ich meine letztlich, weißt du, machen wir nichts anderes und Verlage und Radiostationen nichts anderes, als irgendwie Inhalte zu nehmen, privatwirtschaftlich organisiert und sie einzuordnen. Das Problem bei Twitter und Facebook ist, es sind riesige Plattformen und die haben fast ein quasi Monopol auf ihrem Bereich und deswegen ist das, wenn sie das täten, hat das eine andere Dimension, als wir jetzt, als wenn wir jetzt Trumps Tweet nehmen und in den Kontext setzen oder als wenn das die Süddeutsche macht. Das ist bei den Plattformen einfach eine andere Dimension. Ich finde, es gibt dafür keine richtige Lösung. Ich meine, wenn sie jetzt einfach nur Zeitungen zitieren, wie Washington Post und CNN, dann hat das natürlich auf Anhänger und die Gläubigen von Donald Trump relativ wenig Einfluss, vermute ich, weil sie auch diese Quellen nun für Lügenpresse halten. Ja, und wenn Twitter hingegangen wäre und gesagt hätte, wir haben bei der Wahlkommission XY nachgefragt, ob es denn in den letzten 20 Jahren Probleme bei der Briefwahl gegeben hat und hier ist die Antwort, könnte man vielleicht unterstellen, dass das eine überzeugender Antwort gewesen wäre, wenngleich sie dann natürlich klassische journalistische Arbeit gemacht hätten. Das wollen sie ja nicht. Na gut, auf jeden Fall Donald Trump, muss man sagen, Donald Trump hat natürlich diese Markierung seines Tweets als eine absolute Form von Majestätsbeleidigung gesehen. Er hat gleich mal getobt, hat damit gedroht, sämtliche sozialen Medien in den Vereinigten Staaten abzuschalten. Man kann es ja mal versuchen. Und die dahinterstehende Frage ist natürlich, wenn Donald Trump heute schon eine solche Kampagne fährt gegen Briefwahlen. Stellen wir uns mal vor, es gibt tatsächlich einen nennenswerten Anteil von BriefwählerInnen bei der Präsidentschaftswahl Anfang November. Und stellen wir uns mal vor, Donald Trump verliert. Wird er dann diese Niederlage angeblich auf eine gefälschte Wahl schieben? Wird er dann tatsächlich möglicherweise sogar das Ergebnis der Wahl nicht anerkennen mit dem Argument, das sei ja alles nur auf gefälschte Briefwahlzettel zurückzuführen? Also ist natürlich Spekulation, dass er Gründe finden wird, warum seine, wenn es denn so kommt, Niederlage nichts mit ihm zu tun hat und nichts mit Gerechtigkeit und nichts mit einem funktionierenden System, sondern mit Betrug und hinter Verschwörung und so. Daran habe ich keinen Zweifel, dass das passieren wird. Die Frage ist, ob er die Konsequenz daraus ziehen wird zu sagen, nö, ich habe nicht verloren, ich bleibe hier, da müsste er mich schon raustragen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied und es ist ein Riesenschritt und ihm das zu unterstellen, weiß ich nicht. Zutrauen würde man es ihm, aber der Rest ist Spekulation. Wir gehen nochmal zurück ins Inland. Wir schauen nach Karlsruhe. Dort gab es in der vergangenen Woche ein Urteil, über das wir ausführlich gesprochen haben, nämlich in der Verfassungsbeschwerde unter anderem der GFF gegen das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst. Dieses Urteil war das letzte große Werk von Professor Johannes Masing, der ist Richter des Bundesverfassungsgerichts seit April 2008 und seine Amtszeit ist eigentlich nach zwölf Jahren, also seit April 2020 ausgelaufen. Bislang allerdings ist kein Nachfolger und keine Nachfolgerin gewählt und deswegen muss Johannes Masing derzeit quasi nachsitzen. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger läuft aber und diese Suche ist von sehr großer Bedeutung. Denn im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, in dem Johannes Masing derzeit einen Stuhl besetzt, bleiben die sogenannten Dezernate normalerweise inhaltlich erhalten, auch wenn ein neuer Richter oder eine neue Richterin auf diesem Stuhl gewählt wird. Also Dezernat bedeutet quasi das Arbeitsgebiet einer Verfassungsrichterin oder eines Verfassungsrichters. Und das bedeutet, die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Johannes Masing würde wohl in etwa dieselben Themen bearbeiten und das sind, Philipp, ganz zentrale Themen für unser Verfassungsrecht. Nämlich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Datenschuss, fast alle Streitigkeiten, die um Digitalisierung der Kommunikation und deren ungeheure politische Bedeutung kreisen, landen auf seinem Schreibtisch und werden oder auf ihrem Schreibtisch und werden maßgeblich davon beeinflusst, was diese Person macht und tut. Das muss man sehen, man kann darüber diskutieren, ob das nicht möglicherweise der wichtigste Richterposten des Bundesverfassungsgerichts überhaupt ist. Es gibt gerichtsintern auch durchaus schon eine Diskussion darüber, ob man nicht möglicherweise dieses Dezernat doch mal etwas neu zuschneiden soll, denn Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Datenschutz ist halt einfach unglaublich viel. Riesennummer. Riesennummer und so viele zentrale Aspekte für unser Verfassungsleben, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist auf den Schultern von immerhin nur einem der 16 Richterinnen und Richter. Also da kann man darüber nachdenken, aber jedenfalls Stand heute würde der Nachfolger, die Nachfolgerin von Johannes Masing einen ganz zentralen Posten am Bundesverfassungsgericht bekleiden. Und das ist auch der Grund, weswegen einige der einflussreichsten Verfassungsrichter überhaupt bislang genau dieses Dezernat innehatten. Also zunächst mal Konrad Hesse, ein ganz berühmter Verfassungsrechtler der 50er und 60er Jahre. Viele Studierende der Rechtswissenschaft werden den kennen von seinen verfassungsrechtlichen Publikationen und auch von ganz vielen Begriffen, die er geprägt hat. Ich will da jetzt nicht rumnörden, aber Konrad Hesse ist also ein ganz zentraler Jurist. Dann Dieter Grimm, Professor hier an der Humboldt-Universität in Berlin, auch ein außerordentlich anerkannter Verfassungsrechtler und zuletzt vor Johannes Masing Wolfgang Hoffmann-Riem. Auch ein ganz großer, der zum Beispiel das Urteil maßgeblich mitgeprägt hat über die sogenannte Online-Durchsuchung, wo erfunden wurde das Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme, das sogenannte IT-Grundrecht. Also mit anderen Worten, wir reden nicht von irgendeiner Karlsruher Stelle, sondern arguably von der Stelle überhaupt. Jetzt gibt es ja Kandidaten für die Nachfolger. Das eine ist Jens Möller, ostdeutscher Bürgerrechtler, im Visier der Stasi, durfte erst nicht studieren. Dann hat er Theologie studiert und nach der Wende doch noch Jura, war Verwaltungsrichter, ehemaliger Präsident des Brandenburger Verfassungsgerichts. Allerdings als Jurist nicht ganz unumstritten. Ja, das ist das Problem dabei. Er ist eben quasi als spätberufener Jurist. Klar, er wird nicht ganz schlecht sein, sonst hätte er nicht Verwaltungsrichter werden können. Allerdings gibt es eben kritische Stimmen, die sagen, dass er ganz maßgeblich immer auf dem SPD-Ticket fährt und die Qualifikation nicht so die allererste Geige gespielt hat. Der war nämlich einer der Mitgründer der SPD noch in der DDR. Damals hieß sie noch SDP und hat dann eben auch in den ersten Jahren maßgeblichen Einfluss gehabt in der Brandenburger SPD. Und kritische Stimmen munkeln, dass er halt im Wesentlichen über die Politconnection in alle Ämter gekommen ist. Beispielsweise ist er bei einer Wahl zum Bundesverwaltungsrichter durchgefallen, weil nämlich es massive Bedenken gab, ob er fachlich gut genug ist, um am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu arbeiten. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob er denn dann ausgerechnet Bundesverfassungsrichter werden sollte. Außerdem weist Christian Rath, unter anderem ein Journalist bei der Taz, auf einen Skandal um die sogenannten Altanschließer hin. Das ist den ganzen Fall, wollen wir nicht aufrollen. Es geht im Kern darum, ob Anschlussgebühren für Kläranlagen in Brandenburg möglicherweise zu hoch ausgefallen sind. Das Landesverfassungsgericht Brandenburg fand diese teilweise sehr hohen Gebühren, tausende von Euro in Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Entscheidung allerdings alle aufgehoben und sagt, dass diese Anschlussgebühren unzulässig sind wegen einer unzulässigen echten Rückwirkung. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat quasi das Landesverfassungsgericht Brandenburg hier überstimmt. Jess Möller allerdings hat öffentlich gesagt, er würde wieder so entscheiden, hat sich also quasi öffentlich gegen das Bundesverfassungsgericht gestellt. Und das ist natürlich schon außerordentlich schwierig, wenn man quasi eine Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts nicht anerkennt. Und das auch noch als amtierender Richter. Also und er wird ja jetzt auch von der Union in Sachsen unterstützt? Das ist total verdächtig. Also man muss sehen, diese Stelle ist nach dem Proporz der Richterstellen in Karlsruhe eine Stelle, die, also rechtlich ist klar, die Stelle wird vom Bundesrat besetzt. Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden zur Hälfte vom Bundestag gewählt und vom Bundesrat. Diese Stelle ist eine sogenannte Bundesratsstelle und nach dem Proporz unter den Parteien ist die SPD zuständig für die Besetzung dieser Stelle. Und das bedeutet, weil es eine Bundesratsstelle ist, die Ministerpräsidenten der Länder, die Mitglied der SPD sind, können oder Ministerpräsidentinnen können diese Stelle im Grunde besetzen. Und obwohl das eben eigentlich gar kein Thema für die Union ist, grätscht jetzt die Union in Sachsen hier mit rein und sagt, sie sind auch für Jess Müller. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich verdächtig, zum einen, weil es kein Thema von der Union ist und zum anderen, weil Johannes Masing, der derzeitige Stelleninhaber der Union, mit vergleichsweise freiheitlichen Urteilen gewaltig auf die Nerven gegangen ist. Also das BND-Gesetzurteil aus der letzten Woche, Masings Abschiedsgeschenk für die Union quasi, hat der Union ganz sicher keinen Spaß gemacht. Und das Gesetz über das Bundeskriminalamtsgesetz 2016, die Entscheidung war sicher auch nicht im Sinne der Union und viele andere auch nicht. Mit anderen Worten, für die Union wäre es ganz großartig, wenn der Masing-Nachfolger, sagen wir mal, weniger profiliert wäre, ein weniger guter Jurist wäre, einfach weil der dann weniger nerven würde. So und dann gibt es ja noch Lars Brocker, für den sich Malu Dreyer unter anderem einsetzt, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Brocker ist Präsident des dortigen Landesverfassungsgerichts, er ist Präsident des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz. Gilt wohl als fachlich gut, menschlich angenehm, kennst du ihn? So habe ich das gehört, den kenne ich persönlich nicht. Jess Müller kenne ich ein bisschen, ich war ja mal hier wie am Landesverfassungsgericht in Berlin und wir waren mal eingeladen bei den Brandenburgern, da kenne ich ihn aber mehr so als Gastgeber. Ich habe mit ihm noch keine juristische Diskussion geführt. Lars Brocker kenne ich nicht, kenne ich nur vom Hörensagen, zwei Menschen, denen ich vertraue, sagen, dass er gut ist, fachlich und menschlich angenehm. Das Problem bei ihm soll aber wohl sein, dass er eben auch so ein typischer Justizjurist ist, bloß nicht anecken, keine Visionen, keine großen eigenen Meinungen, jedenfalls lieber irgendwie so ein bisschen Mainstream. Und das ist natürlich schwierig, weil das Bundesverfassungsgericht ja eben kein Gericht ist, wo man nur recht, wie soll ich sagen, ausdekliniert oder durchdekliniert, was andere sich schon haben einfallen lassen. Und im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht ist ja bei der Interpretation des Grundgesetzes auch dazu berufen, quasi Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Ja, Beispiel Wolfgang Hoffmann-Riem mit der Entscheidung zur Online-Durchsuchung, da hat er mit dem ersten Senat 2007, 2008 ein neues Grundrecht letztlich aus dem Grundgesetz abgeleitet. Und ob Lars Brocker oder Jess Möller dafür die richtigen wären, das weiß man nicht. Denn beide, muss man sagen, haben sich mit den Themen, um die es geht in dem heutigen Masing-Dezernat, wir haben sie eben genannt, ganz viele wichtige Grundrechte und nicht zuletzt Netzpolitik, haben sie sich bislang nicht auseinandergesetzt. Ganz anders hingegen der dritte Kandidat. Der Martin Eifert heißt, der ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, Spezialist für öffentliches Recht und spezialisiert eben auf Medienrecht und Internetthemen, Schüler von Wolfgang Hoffmann-Riem. Also wenn man das so schildert, würde man ja denken, dass es eigentlich ein klarer Fall ist für Eifert als Wissenschaftler. Ja, ganz genau. Also eigentlich muss man sagen, wenn die fachliche Qualifikation, die fachliche Eignung den Ausschlag gibt, dann gibt es eigentlich nur einen geeigneten Kandidaten. Bei allem Respekt vor Jess Möller und Lars Brocker, sie sind sicherlich mit graduellen Abstufungen gute Juristen, aber sie haben sich einfach mit diesem Thema nicht groß beschäftigt. Während Martin Eifert seit vielen, vielen Jahren wissenschaftlich nichts anderes macht, er ist quasi aus demselben Holz geschnitzt wie Wolfgang Hoffmann-Riem oder wie Johannes Masing. Das heißt, wenn es um die fachliche Eignung geht, ist der Fall glasklar. Der ist jedenfalls derjenige, der den Job fachlich ohne jeden Zweifel am besten machen würde. Aber ganz so einfach ist das ja nicht. Wir haben eben gesagt, die SPD-Ministerpräsidenten entscheiden und Dietmar Woidke, der Brandenburger Ministerpräsident, meint nun gerade in diesem Fall, die Karte spielen zu sollen, dass Jess Möller nun eben Ostdeutscher ist. Wir haben es eben schon gesagt, er hat eine ausgesprochen respektable Biografie als Bürgerrechtler in der DDR, war an der Wende beteiligt, hat die Ost-SPD mit aufgebaut. Das heißt also, da spricht einiges für ihn und es war einfach bislang noch nie ein Mensch mit einer ostdeutschen Sozialisation, Richterin oder Richter des Bundesverfassungsgerichts. Das ist 30 Jahre nach der Wende zugegebenermaßen auch nicht mehr so ganz nachzuvollziehen. Aber meine persönliche Sicht der Dinge wäre, warum muss ein Ostdeutscher nun gerade auf diese Stelle gewählt werden? Wir haben gerade schon ausgeführt, warum diese Stelle nicht irgendeine der 16 Richterstellen ist, sondern eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtige und auch vor allem eine, wo es um extrem komplexe Themen geht, mit denen man sich doch schon mal ein bisschen beschäftigt haben sollte. Ich persönlich bin zwar von meiner Herkunft Herr Wessi, habe aber in den neuen Bundesländern studiert, ganz bewusst, weil ich das Leben da einfach mal kennenlernen wollte und habe insofern sehr, sehr großes Verständnis für, wie soll ich sagen, die Gefühlswelt auch. Dass man das einfach jetzt mal mit etwas flapsig formuliert an Ossi dran ist, bin ich hundertprozentig der Meinung. Nur Christian Rath weist in der Taz darauf hin, dass in den nächsten Jahren sieben weitere Richterstellen zu besetzen sind. Und in den nächsten zwei Jahren, sagt Christian Rath, glaube ich, mit anderen Worten, wenn Jess Möller als Ossi jetzt nicht gerade die Namasing-Nachfolge bekommt, dann muss das nicht unbedingt die letzte Chance für ihn sein. Und also meine persönliche Meinung wäre, ausgerechnet diese Stelle sollte, weil sie so wichtig ist, unbedingt nach Qualifikation vergeben werden. Und das spricht aus meiner Sicht eben eher für Martin Eifert. Das Ganze wirft natürlich auch einen schlechten Blick ein bisschen auf die SPD. Du hast es gesagt, die ist eigentlich dafür zuständig, diese Nachfolge zu regeln. Und eigentlich ist es nur eine Frage, die die SPD zu entscheiden hat über ihre Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin. Aber der Streit offenbart ja mangelnde Koordination, würde ich das mal nennen. Also Zeit genug war ja und es gab ja auch mal Leute, die einen Hut auf hatten und das ein bisschen organisieren konnten. Aber im Moment herrscht eigentlich Chaos und wahrscheinlich wird das Gericht auch beschädigt. Durch so eine bisschen unkoordiniert geführte Debatte über die Nachfolge des wahrscheinlich wichtigsten Berichterpostens am Gericht, das tut dem Gericht auch nicht gut. Nein, das würde ich auch so sehen. Das ist überhaupt nicht gut und egal welcher von den dreien jetzt letztlich gewählt wird, bleibt so ein bisschen die Sorge, dass auch der Kandidat letztlich beschädigt ist. Frauen sind ja nicht im Rennen für diese Stelle zur Zeit. Das ist auch bedenklich und die Zeit jedenfalls berichtet. Heinrich Wehfing schreibt, dass man in Karlsruhe auch not amused ist über diesen ganzen Zirkus. Ich finde, das wirft vor allem auch ein ganz bedenkliches Licht auf die Rechtspolitik innerhalb der SPD. Du hast es eben gesagt, da gab es durchaus mal Leute, die das gut koordiniert haben. Zum Beispiel Brigitte Zypries, die ehemalige Justizministerin, war lange Jahre so, ich sage jetzt mal, die Königsmacherin in der SPD, hatte auch nach meiner Wahrnehmung jedenfalls ein glückliches Händchen im Großen und Ganzen. Und momentan scheint es da einfach an dieser klaren Führungsfigur zu fehlen. Denn ehrlich gesagt, wenn es da eine klare Führung gäbe, dann hätte Dietmar Woidke gar nicht erst mit dieser Idee Jess Möller an die Öffentlichkeit gehen dürfen. Denn Martin Eifert war intern lange gesetzt. Also nach allem, was man aus der SPD hört, war eigentlich die Personalie Eifert seit Monaten klar. Und dann kam Woidke ohne Koordination und hat das irgendwie wieder alles streitig gestellt. Aber jetzt hat die SPD mit ihrer Kurfürsitzenden Saskia Esken doch eine ausgewiesene Netzpolitikerin irgendwie in ihren Reihen. Und eigentlich ist das Thema doch ihr Thema. Müsste die da nicht entschiedener vorgehen und sagen, hier entscheidet jetzt Fachwissen? Also ich finde ehrlich gesagt, die SPD-Ministerpräsidenten benehmen sich so ein bisschen wie der Vorstand eines Kleingartenvereins, der sich nicht entscheiden kann, wer die Kneipe pachten darf. Der eine will seinen Kumpel durchsetzen, der andere seinen Kumpel. Also das ist ja wirklich so ein ähnliches Niveau, auf dem da diskutiert wird. Und meine klare Position, wenn die Ministerpräsidenten das nicht schaffen, dann muss eben die Spitze der Partei diesen Konflikt lösen. Dann muss eben die Spitze der Partei diesen Konflikt an sich ziehen. Norbert Walter-Borjans hat da glaube ich weniger Aktien im Spiel. Aber du hast es gesagt, Saskia Esken ist Netzpolitikerin. Für sie liegt auf der Hand, wer der geeignete Mann ist für diesen Posten. Ich würde auch sagen, sie müsste jetzt eigentlich mit einem Machtwort sagen, wenn sich die Ministerpräsidenten nicht einigen, wenn die da am Tischtuch zerren nach allen Seiten, dann müsste sie diesen Knoten durchschlagen und sagen, Martin Eifert ist unser Mann. Das wäre aus meiner Sicht jetzt die Aufgabe der Parteispitze. Denn es ist nach allem, was man in der Presse lesen kann, der geeignete Mann. Ich kenne Martin Eifert auch persönlich ein bisschen, er hat mich mal zu einer Tagung eingeladen, also wir sind jetzt überhaupt nicht befreundet oder so, aber ich halte ihn auch persönlich für fachlich brillant. Und man würde damit sowohl den Ruf der SPD retten, diesen Konflikt jetzt irgendwie noch halbwegs zu lösen, bevor es richtig peinlich wird. Und vor allem würde man dem Bundesverfassungsgericht einen richtigen Gefallen tun, wenn ein sehr guter Mann nach Karlsruhe kommt. Okay, das war's für diese Woche mit der Lage der Nationen. Danke für eure Geduld, danke für euer Interesse, danke für euer tolles Feedback. Es gab sehr viel diese Woche zu den ganzen Themen der vorletzten Woche, da gehen wir vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen länger drauf ein. Ja, da kommt noch ein bisschen was, das haben wir auch schon vorbereitet, aber wir haben jetzt ein bisschen Zeitprobleme, deswegen müssen wir das schieben. Stay tuned, sage ich mal, es kommt noch eine Menge Feedback, gerade auch zu den E-Autos und zu Lufthansa und so. Das schaffen wir nur heute zeitlich nicht mehr und wir wollen das auch nicht so in einer Minute runterreißen, weil es da wirklich noch viele spannende Denkanstöße gab. Insofern noch mal die Ermunterung, wenn ihr zur letzten Folge noch was schreiben wollt, es ist nie zu spät, wir nehmen das zur Kenntnis und man kann zwei Wochen kommentieren unter den Folgen. Danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung, lagedernation.org-plus könnt ihr ein Abo abschließen, wo ihr dann uns unterstützt und die Lage eben werbefrei hören könnt. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, eine gute neue Woche, bis bald, ciao. Tschüss.